Mit der klassischen Rede mittlere Schule darf ich bitte jetzt mit einem großen Applaus auch von der LFS Gläsheim Miriam Gröbner auf die Bühne bitten zum Thema Konflikt im Nahen Osten. Miriam Gröbner, bitte schön. Mit Applaus, bitte. Es gibt kaum noch Mütter im Irak, die nicht um ihre Söhne, ihre Kinder weinen. In ihrem Land und in Amerika muss es doch auch Frauen geben, die uns, die irakischen Mütter, verstehen können. Was löst diese Aussage an ihnen allen aus? In mir Trauer, Fassungslosigkeit und Wut. Es ist das Zitat von Aisha, einer Irakerin mit fünf Kindern. Sie hat das Glück, dass noch alle leben. Aber wie lange noch? Wann werden sich ihre Kinder dazu entscheiden, in den irakischen Widerstand zu gehen? Ich rede bewusst vom irakischen Widerstand und nicht von Terrororganisationen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber eines haben sie alle gemeinsam. Es gäbe sie nicht ohne die ungerechtfertigten militärischen Interventionen und Einmischungen des Westens. Sehr geehrte Jury, liebes Publikum, Ich bin Miriam Gröbner und ich werde sie heute über den Hintergrund von Terrororganisationen und den Konflikten im Nahen und Mittleren Osten sowie deren Folgen aufklären. Aber mal ehrlich, hat sich von Ihnen oder von Euch schon einmal jemand die Frage gestellt, wie es überhaupt möglich sein kann, dass Terrororganisationen so stark werden konnten bzw. immer noch sind? Oder wie erklären Sie sich, dass die IS noch immer über hochmoderne Waffen verfügen kann und wie eine solche Organisation noch immer Unterstützung auch vom Ausland und Menschen mit viel Einfluss und Geld findet? Hinterfragen wir überhaupt die Motive der Islamisten? Selten bis gar nicht. Warum auch bekommt man es doch von den Medien und Politikern so wahrheitsgetreu wie möglich erklärt. Die Krieger des Glaubens, wie sie sich selbst nennen, stehen für ihre Werte und ihre angeblich einzig wahre Religion ein. Dass die Gründung des Kalifats und der Wahhabismus unsere demokratischen westlichen Werte, wie Glaubensfreiheit oder die Gleichberechtigung von Frauen und Männern mit den Füßen tritt, ist jedem von uns bewusst. Aber im Prinzip setzen die Islamisten ihre Ideale durch. Wie wir auch. Fraglich, das ist klar. Aber glauben Sie wirklich, dass wir Europäer immer nur die Unschuldigen sind? Ich selbst fing an, mich für diese Thematik zu interessieren, nachdem ich das Buch »Nur wenn du allein kommst« von Suat McKennett gelesen hatte, die darin ihre Begegnungen mit hohen IS-Führern und den einfachen Menschen aus den Krisengebieten beschreibt und ihnen eine Stimme gibt. Ich möchte und werde sie nun in den nächsten Minuten darüber aufklären, dass die Welt sich nicht so einfach in Schwarz-Weiß einteilen lässt und wir Europäer, genauso wie die Amerikaner, nicht immer nur die Guten sind. Aber fangen wir einmal mit der wichtigsten Frage an. Wie es überhaupt zur Gründung von Terrororganisationen kommen konnte? Die Gruppe, die sich selbst anfangs ISIS nannte, Islamischer Staat im Irak und in Syrien, ist eine Abspaltung der Terrorzelle Al-Qaida. Diese begann als Rebellengruppe gegen die Sowjets in einem sogenannten Heiligen Krieg, dem Dschihad, zu kämpfen. Sie wurden von den Saudis und den Amerikanern unterstützt, die provoziert hatten, dass die Russen in Afghanistan einmarschierten, um so den Untergang der UdSSR zu beschleunigen. Das Schlimmste daran ist, dass sich die amerikanische Regierung zwar bewusst ist, so den Grundstein für die Taliban und andere radikale Islamisten gelegt zu haben, sie sich aber in keinster Weise dafür schämt oder es gar bereuen würde. Die Folgen dieses Handelns waren dann Terroranschläge wie 9-11. Aber um wieder auf den Krieg in Afghanistan zurückzukommen. Die Rebellen fanden großen Zulauf weltweit. Hier tauchte auch das erste Mal der Name Osama Bin Laden auf. Dieser war zuständig dafür, dass die Freiwilligen gut ausgebildet an die Fronten geschickt wurden. Dafür richtete er Ausbildungscamps ein. So wurde aus einem zusammengewürfelten, unorganisierten Haufen eine starke Truppe von 3.300 Mann, die sich nach ihrem Ausbildungslager Al-Qaida benannte. Auch der IS bildete sich als eine Gruppe von Dschihadisten, die sich nach dem Einmarsch der Amerikaner im Irak mit Unterstützung von Al-Qaida gründete. Auch diesmal spielte wieder eine ungerechtfertigte militärische Intervention eine große Rolle. So schlossen sich die Männer zusammen, um den Gräueltaten der Amerikanern ein Ende zu bereiten und sich dafür zu rächen, dass diese ohne einen wahren Grund in ihr Land einmarschiert sind. Genau diese Handlungen der Amerikaner sind es, die gebildete, junge Leute, die beste Zukunftsaussichten in Europa hätten radikalisieren. Oder haben sie wirklich geglaubt, dass hochrangige IS-Führer wie Abu Yusuf zu dem geworden wären, was sie heute sind, wenn man ihn und alle anderen Muslime normal und nicht wie Menschen zweiter Klasse behandeln würde? Sie fühlen sich ungerecht behandelt und das nur wegen ihrer Religion und Herkunft. Zurecht, wie ich finde. Denn, sind wir mal ehrlich, sind wir wirklich so offen und vorurteilsfrei, wie wir immer behaupten? Glauben wir wirklich, dass ein Afghane in Österreich wie auch in Deutschland dieselben Aufstiegsmöglichkeiten wie ein Einheimischer hat? Werden die Frauen, die eine Burka oder eine Hijab tragen, von uns allen nicht schief angesehen? Wie würden sie sich fühlen, würden sie so behandelt werden? Können sie nicht ein wenig verstehen, dass diese Menschen einen Hass auf die Regierungen entwickeln, die zusätzlich noch ihre Heimatländer ausbeutet und sinnlos bekämpft? Ich sage nicht, dass ich die Handlungen der Islamisten gutheiße oder dass es eine ernsthafte Entschuldigung dafür gäbe. Ich bin lediglich der Meinung, dass wir alle einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass diese Gruppen laufend Zuwachs finden. Eine weitere Frage, die mich sehr beschäftigte, war, wo kommen all die hochmodernen Panzer, Schiffe, Waffen, Flugzeuge und dergleichen her? Welches Land würde denn bitte schon Terror-Milizen unterstützen? Und da wären wir wieder bei unseren Weltverbesserern, den Amerikanern, aber leider Gottes auch den Deutschen, Englandern und Franzosen. Viele deutsche Rüstungsfirmen verdienen sich ein goldenes Näschen am genehmigten Waffenhandel mit Katar. Sie fragen sich vielleicht, für was Katar Waffen benötigt. Ein kleines, wichtiges Detail ist, Katar unterstützt mit diesen Waffen den IS. Weiß das die deutsche Regierung? Natürlich. Ist dies gruppellos und genehmigt es aber des Geldes wegen weiterhin? Ja. Allein in den Jahren 2001 bis 2014 lief exportierte Deutschland Kriegsgerät im Wert von über 745 Millionen Euro nach Katar. Natürlich nur das Beste vom Besten. Wir wollen ja nicht, dass die Terroristen schlecht bewaffnet werden und somit besiegt werden könnten. Wird aber auch die irakische Armee, die gegen den IS kämpft, mit deutschen Waffen unterstützt? Natürlich. Schließlich muss man den Irakern im Kampf gegen die Samysten unter die Arme greifen. Ich muss ehrlich sagen, und das gebe ich nicht gerne zu, in diesem Fall schäme ich mich für mein Land und meine Regierung. Ich schäme mich dafür, dass wir tausende Kinder zu Waisen gemacht haben. Ich schäme mich dafür, dass wir tausenden Müttern ihre Söhne nahmen. Ich schäme mich dafür, dass mein Heimatland eine Regierung unterstützt, die es einfach als eine Notwendigkeit sieht, dass tausende unschuldiger Menschen sterben müssen an den Folgen diverser Sanktionen. Ich schäme mich dafür, dass wir Menschen, die jede Hilfe von uns benötigen würden, egal ob sie vor Krieg und Terror oder einer desolaten Wirtschaft fliehen, nicht akzeptieren, obwohl wir unter anderem für ihre Lage mitverantwortlich sind. Ich schäme mich für die Gier und Falschheit meiner, aber auch vieler anderer westlicher Mächte. Diese Einmischungen brachten dem Nahen und Mittleren Osten nichts als Terror und Zerfall. Und warum glauben sie tun diese Mächte das? Länder mit großem Erdölvorkommen versinken wegen der Einmischungen des Westens in Anarchie und Chaos. Das ist nicht nur im Irak so, sondern auch in vielen anderen asiatischen und afrikanischen Ländern. Zufall? Wie es ein amerikanischer Wissenschaftler passend formulierte, wenn das Hauptexportprodukt dieser Länder Brokkoli wäre, gäbe es diese Kriege dann überhaupt und wären dann so viele Menschen auf der Flucht? Applaus 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 Applaus